Alain Schulz, herzlichen Glückwunsch. Siebtes Derby. Wohlen Aarau. Aarau konnte sich siebenmal durchsetzen. Hast du eine Erklärung für das? Ich denke, dass wir auch heute, nach einem frühen Rückstand, nicht die Ruhe verloren haben, sondern ruhig weitergespielt haben, nach vorne und auch dominant auftreten sind und das Spiel noch vor der Pause in die entscheidenden Bahnen lenken konnten. Es war schwierig, nach den Länderspielpausen den Rhythmus wieder zu finden? Ja, ich denke, es war für beide Mannschaften schwierig. Nach zwei Wochen Pause und dann noch der Platz, der sehr tief war, war es sicher nicht einfach. Durch das frühen Gegengole lief es dann auch ganz anders als erwartet? Ja, das ist so. Wir wollten natürlich nicht in den Rückstand gehen, das ist klar. Aber es ist auch nicht das erste Mal in dieser Saison, in der wir in den Rückstand gehen und in dem wir das Spiel noch dreht haben. Von daher war es wichtig, dass wir ruhig geblieben sind. Warum hast du das Gefühl, dass wir so lange noch um den Sieg zittern mussten? Ja, dass wir natürlich verpasst haben, den Freunden den Sack zu uns zu machen. Das ist klar, wir hatten X Chancen. Wenn wir die machen, dann ist es vorzeitig entschieden. Danke vielmals. René Weiler, herzlichen Glückwunsch zum Derbysieg. Wie zufrieden bist du allgemein mit der Leistung der Mannschaft? Sehr zufrieden natürlich. Ich denke, wir haben einen sehr guten Match heute von Anfang an. Unglückliches Gegengole nach sechs Minuten, wo wir einen Eigenball gemacht haben, der gerade ausgenutzt wurde. Aber ich denke, die Mannschaft ist sehr dominant aufgetreten. Wir haben die zielstrebig die erste Halbzeit. Das hat man auch gesehen, dass der Aussenverteidiger Gregor Engango, der eben die drei Goale nicht geschossen hat, sondern sein Kollege auf der anderen Seite, der hat auch die erste Halbzeit dreimal auf das Goal geschossen. Wir haben einen hohen Druck versucht zu erzeugen und sind dann auch belohnt worden mit den beiden Goalen der Halbzeit. Und ich denke, über das ganze Spiel hinweg gesehen, hat heute auch die bessere Mannschaft gewonnen. Inwiefern hat das eure taktischen Überlegungen über einen Haufen geworfen? Eigentlich überhaupt nicht. Das hat man ja dann auch gesehen. Wir haben genau gleich weiter gespielt. Aber es ist natürlich nicht so, wie man sich das erwünscht. Aber es gehört auch zum Fussball dazu. Und ich denke, die Mannschaft hat sehr gut reagiert. Aber es wäre natürlich schon wollen, wenn wir zwischendurch gleich eine so gröbere Eigenfehle vermeiden würden. Was hast du das Gefühl, hat am Schluss der Unterschied ausgemacht, dass es eben gleich 3-1 geändert hat? Ganz ohne Glück geht es natürlich nicht. Das ist ja so. Ich meine, im Bestand von 2-1 für uns hat Wohlen und Pfosten Schuss. Aber ich denke, wir waren schon die bessere Mannschaft heute. Und das hat man auch gezeigt. Das hat man auch erwartet, von der Tabellensituation her gesehen. Und ich denke, ich bin froh, dass es am Schluss rauskommt. Was macht das Derby auch für dich als Trainer und für die Mannschaft zu etwas Speziellem? Ja gut, da sehen wir ja schon die Rahmenbedingungen. Es sind über 4'000 Zuschauer gekommen. Das Wetter war uns bis jetzt nicht hold, allen Mannschaften nicht. Es war immer schwierig zum Fussballspielen. Auch heute war es relativ kür. Und das war doch ein Anlass, der Freude macht, um hier auch teilzunehmen zu können. Und von dem her gesehen ist es schön, wenn so viele Zuschauer dabei sind. Und es ist ein Unterhaltensame. Und am Schluss natürlich für unseren positiven Match. Danke vielmals.